So, ich mache jetzt Testride mit Robins Maschine, oder? Bitte keine Wheelies, gell? Nee. Ich weiß, dass du da nicht wieder stehen kannst. Aber bitte mach echt keine Wheelies. Alter, wie sich das anders anfühlt. Ja, krank. Er lass unten drehen gleich. Wie spät kommt bei dir die Kupplung? Alter! Wie hoch die ist! Das ist ja unnormal. Alter, wie scheiße... Juge! Hast du viele Kuppen? Alter! Wie... Da geht ja... Alter! Da geht ja... Da geht ja gar nichts! Alter, du Maul, Alter! Alter, du siehst ja in dem Spiegel gar nichts! Ich weiß nicht mal, in welchem Gang ich bin. Ey, du Wichser! Ich wusste doch, dass du's nicht... Ich wusste, dass du's nicht beherrschen kannst, Alter! Ich kann die Leiste nicht beherrschen! War, zieh nicht, Alter! Lass es! Alles gut! Gar keine Fock! Aber die geht richtig schön hoch! Ja, Mann! Das ist voll angenehm! Ja, dann lass rechts rein! Alter, ich fahr mal vor dir! Das ist... Das ist nicht normal! Ja... Ja, lass da weiter vor dir! Warte, ich fahr mal vor dir und du... Ähm... Hör's dir mal deine Maschine an! Okay? Ah... Alter, die laufen! Hahaha... Alter! Das sieht ja so pervers gut aus! Scheiße! Oh, lecker! Und vor allem mit... Oh, die Handgarts sind halt schon... Das passt! Sieht schon... Ich bin... Keine Ahnung, ich will mich ja nicht selber logen, Mann! Nein! Absolut geile Maschine! Die hat absolut so viel Leiden schon! Alter, wie die in die Kurven reinfällt, das ist ja richtig angenehm! Wie kann man denn mit einer Siebe... Boah! Alter, die fährt sich ja richtig gut! Welche? Ja, deine! Ja! Oha! Du hockst richtig schön drinnen, irgendwie in der Maschine! Boah, ich hab voll... Jetzt da... Ich will gar nicht überholen, weil ich nicht weiß, wie lange ich brauche! Was ist das für? Junge, Junge, Junge! Die... Das ist... Die zieht so brachial nach vorne! Ist so! Das ist schon krank! Einspritzer... Mit dem... Mit diesem... Äh... Gas hier! Also will ich nicht mehr fahren, oder wie? Ja, doch! Einmal nach die Gerade! Okay! Boah! Fuck! Abgestorben! Alter, der Z ist so hübsch! Ja, Leute, ich sag mal ein bisschen was zu dem Bike! Ohne Witz! Also keine Fakten und sowas! Sowas interessiert mich selber nicht! Ich bin eher... Mich interessiert, wie sich ein Moped fährt! Und alter! Das Moped fährt sich echt angenehm! Also... Man merkt zwar deutlich, dass er nicht so viel Leistung hat wie die 701 da ist! Das Ansprechverhalten um... Viel krasser, gell, Robin? Ja! Du hast ja nicht mal einen Gaszug bei deinem! Ja! Das ist echt krass! Und... Bei dir ist halt direkt bei mir... Bei mir ist es sofort, ja! Das merke ich extrem! Das... Dass ich... Wenn ich Gas gebe, dass da sofort was kommt! Und bei der DRZ ist aber das Gefühl, ja! In den Kurven grad, wenn ich jetzt hier so eine Kurve fahre! Echt angenehm! Muss ich sagen! Wenn ich jetzt hier... Sie fällt richtig schön rein! Sie fällt richtig schön in die Kurve rein! Ja, genau! Das ist echt geil! Das ist bei meiner nicht so! Da ist meine irgendwie so aggressiv ein bisschen! Echt krass! Also... Vom Fahrgefühl her... Super angenehm! Super geil! Der Sitz ist auch echt angenehm! Er ist auf jeden Fall nicht so breit wie meiner! Wenn ich jetzt hier... Was ist das für ein Gang? Zweiter! Alter! Da geht ja... Krass! Wenn ich... Wenn ich Gas gebe... Dann... Dann geht da gar nichts hoch! Bei der 701... Ich gehe runter vom Gas... Und... Ich reiße den Gas dann voll auf! Und dann steigt man nicht sofort hoch! Ah, Mann! Wo ist denn der?